Der blaue Podcast FPÖ aktuell Nicht nur Wählerinnen und Wähler der Freiheitlichen Partei, sondern alle, denen an politisch unabhängiger Berichterstattung unseres staatlichen Rundfunks etwas liegt, haben sich in den letzten Jahren des Öfteren mehr als echauffiert darüber, was ihnen vom ORF präsentiert wird. Beim Bürgerservice-Telefon der FPÖ melden sich laut Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker täglich Bürgerinnen und Bürger, die sich über die Art und Weise der Berichterstattung des ORF beschweren. Und das ist auch das, was uns viele Bürger mitteilen, dass sie sehen, dass man nicht einmal mehr irgendeinen Ingenieur hat, irgendwelche Silbersteinmethoden und sonstiges anzuwenden in der politischen Berichterstattung. Und auch ich als Mediensprecher muss man gezwungenermaßen den ORF anschauen. Auch ich komme da immer wieder drauf, dass es beim Zuschauen oft wirklich wehtut und ich gar nicht mehr unterscheiden kann, ob dieser öffentlich-rechtliche Rundfunkgezeige nicht irgendwie noch Nachrichten bringt oder ob er eine Partei ist, die gegen uns kandidiert oder die halt auch irgendwie um den Einzug in den Nationalratspult. Das ist also das, was wir vielfach von den Menschen in Österreich mitgeteilt bekommen. Beginnen wir bei den Nachrichten, wo das sogenannte Framing tagtäglich passiert, also das bewusste Einbetten von Ereignissen oder Themen in vorgefertigte Denkmuster. Man wird darüber reden müssen, warum der ORF hier auf die Idee kommt, dass man friedliche Demonstranten in England pauschal als Rechtsextremisten bezeichnet. Das sind einfach Menschen, die nicht mehr damit leben können und wollen, dass ihre Gesellschaft islamisiert wird, dass es ständig zu übergriffen von Migrantengruppen auf Engländer und Sonstiges kommt, dass ständig Frauen und Kinder missbraucht werden. Das ist eine Demonstrantengruppe. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass man hier pauschal von Rechtsextremisten spricht. Die zuständigen Mitarbeiter beim Staatsfunk zeigen also allzu oft ihre politische Gesinnung und bewerten die Geschehnisse in der Welt nach dieser Gesinnung. Es kann schon sein, dass ein Redakteur und dass auch ein Auslandskorrespondent seine Meinung wechselt und sagt, gut, ich möchte jetzt nicht mehr objektiv Berichte starten, ich möchte jetzt nicht mehr objektiv im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Argumenten, das ist ja in Ordnung. Aber da muss halt auch eine berufliche Veränderung anstreben. Dann kann er ja Pressesprecher von der KPÖ werden oder von den Grünen oder was auch immer. Steht ihm ja frei. Aber sozusagen auf der einen Seite im Privilegien-Stadl des ORF verhaftet zu sein mit allen Vorteilen, die das mit sich bringt und auf der anderen Seite aus dieser gesicherten Stellung heraus Politik zu machen, ist etwas, was die Menschen wirklich ärgert und was wir natürlich auch entsprechend aufzeigen werden und was wir als unsere Pflicht sind, dass man natürlich auf dieser Ebene auch politisch entsprechend aktiv wird. Der von Christian Hafenig angesprochene Privilegien-Stadl bringt den ORF in Verruf, wofür der unter Anführungszeichen kleine Mitarbeiter des Staatsfunks gar nichts dafür kann. Es ist wirklich schade für die vielen redlichen Mitarbeiter, die es da zwei Personen auch gibt, dass also einige, die oben sitzen, hier so ein Bild vom ORF überhaupt erst zulassen. Der von der FPÖ vorgeschlagene ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler schlägt in dieselbe Kerbe, wenn er sich zum Beispiel die derzeitigen ORF-Sommergespräche anzieht. Vergleichen Sie es, Sommergespräch Herbert Kickl, ein Verhör, ohne auf inhaltliche Themen einzugehen, ein echtes Verhör mit persönlichen Attacken, Sommergespräch Babler, ich habe zuerst geglaubt, wie man das angeschaut hat, das ist eine Sendung in einfacher deutscher Sprache, weil da mehr war ja da nicht herauszufinden, Faserschmeichler, der Herr Dürr als Faserschmeichler, Hölzerlwerfer, Erklärer. Ein weiteres großes Ärgernis für Österreichs Bürger ist die von der schwarz-grünen Regierung eingesetzte ORF-Haushaltsabgabe, die ja jeder, auch wenn er kein ORF-Programm konsumiert, zahlen muss. Meine Damen und Herren, ich bekomme jeden Tag eine zweistellige Anzahl von Mails, wo wir die Menschen die Inkassobriefe schicken. Der ORF geht derzeit als Exekutor durch Österreich und exekutiert Menschen, die sich eh das Leben nicht leisten können und zahlt aber seinen Mitarbeitern 35.000 Euro. Wer das noch verstehen soll, ich weiß nicht, das kann man nicht verstehen. Diese Haushaltsabgabe muss ja nicht nur die einzelne Privatperson zahlen, sondern auch Betriebe werden da zur Kasse gebeten. Das geht bis zum Hundertfachen, bis zum Hundertfachen der Grundzahlung der Haushaltsabgabe, muss ein Unternehmen zahlen, nur weil sie viele Mitarbeiter haben. Skandalös in Wahrheit und ein Schlag, auch gegen die österreichische Wirtschaft. Ich frage mich, wo ist die Wirtschaftskammer? Peter Westenthaler hat als ORF-Stiftungsrat im ORF noch andere Vorhaltungen zu machen. Stichwort SORA-Institut. Das Institut, das sich dort immer um Umfragen und Wahlergebnisbeurteilungen gekümmert hat. Das SORA-Institut des Vorsight, Sie wissen, das ist jenes Institut, das vor einem Jahr ungefähr vom ORF hochkantig rausgeschmissen worden ist, weil eine Auftragsarbeit für die SPÖ mit Dirty Campaigning, mit einem Konzept zum Dirty Campaigning, hauptsächlich gegen die Freiheitlichen, dort erstellt worden ist und dann auch durch einen Fehler, durch eine Fehlleistung, durch ein Falschmail veröffentlicht worden ist. Ergebnis ist, nach einem halben, dreiviertel Jahr kommt dieses Institut, wechselt das Tierschild, heißt jetzt nicht mehr SORA, sondern Vorsight und wird vom ORF mit einem Auftrag, der sehr lukrativ ist, für die Wahlhochrechnung, für die Umfragen wieder beauftragt. Kleines Detail am Rande, offensichtlich ist dieses Dirty Campaigning-Modell, das der Sozialdemokratie vorgeschlagen worden ist, jetzt dem ORF überreicht worden, denn so ähnlich kann man die Berichterstattung des ORF aus den Freiheitlichen anbelangt, durchaus bezeichnen. Peter Westenthaler hat sich als ORF-Stiftungsrat nie ein Blatt vor den Mund genommen und auf Fehlleistungen in der Berichterstattung hingewiesen. Dabei wurden von der Geschäftsführung auch Fehler eingestanden, aber... Das Problem ist nur, dass dieser Fehlerkultur keine Konsequenzen folgen, also sowohl was die Fehlentwicklungen anbelangt, aber zum Beispiel auch dem Ethik-Kodex, es wird nach wie vor drauflos getwittert oder ge-ixt, je nachdem, wie man das sehr anschauen will. Es wird weiter Politik betrieben von so manchen Redakteuren und es gibt eben kaum Konsequenzen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so Ihre Probleme mit dem ORF haben, sei es mit der politisch einseitigen Berichterstattung oder der Haushaltszwangsabgabe oder allgemein mit dem Privilegien-Stadel beim Staatsfunk, dann haben die Freiheitlichen nun eine Plattform für Sie eingerichtet, bei der Sie Ihre Beschwerden deponieren können. Die Internetadresse lautet orf-inside.at Diese Plattform ist wichtig, sie ist notwendig geworden aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate und Jahre und ich sage ja auch eines ganz offen. Das Ziel muss es eigentlich sein, nicht nur durch diese Plattform, sondern auch durch eine künftige Politik am 29. September, die dort gewählt wird. Am 29. September kann man nicht nur die Haushaltsabgabe abwählen. Es gibt eine Partei, die als zentrales Versprechen gesagt hat, dass sie als ersten Schritt die Haushaltsabgabe abschaffen wird. Das ist relativ einfach. Also kann man sie abwählen. Aber das Ziel ist ein weitergehendes. Das Ziel ist, den ORF innerhalb der nächsten sechs Monate an Haupt- und Gliedern zu erneuern und zu einem besseren, öffentlich-rechtlichen, objektiven, ausgewogenen und parteiunabhängigen ORF zu machen. Die Entwicklungen, die der ORF in den letzten Jahren genommen hat, nicht nur was Haushaltsabgabe und überzogene Gehälter angeht, sondern vor allem eben was diese politisch einseitige, oft lehrmeisterhaft dargebrachte Berichterstattung betrifft, die schadet laut Peter Westenthaler nicht nur uns Bürgern, sondern auch dem ORF selbst. Der ORF ist zur Äquidistanz aller Parteien verpflichtet und Teile des ORF halten sich an diese gesetzliche Überparteilichkeit eben nicht. Und genau deshalb, weil der ORF so agitiert und politisch agiert, genau deshalb hat er ein existenzielles Glaubwürdigkeitsproblem, das ihm schadet. Das heißt, diese politische Schlagseite schadet dem ORF und jeder Redakteur, der das vollzieht, schadet damit dem ORF, weil es immer mehr Menschen abstoß und zur Konkurrenz vertreibt. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker ergänzt, Es wird niemand den ORF zertrümmen wollen und niemand möchte ein Parteimedium aus dem ORF machen. Der einzige Anspruch, den wir Freiheitliche haben, ist eine faire, gerechte und objektive Berichterstattung. Die ist momentan leider nicht mehr gesichert und genau deswegen sehen wir uns auch zu diesen Schritten gezwungen. Und was die Haushaltsabgabe betrifft, ist eines klar. Herbert Kickl hat ja immer eines gesagt, also mit dieser unseligen Haushaltsabgabe werden wir natürlich als erstes abfahren und da kann man sich bei der Freiheitlichen Partei auch darauf verlassen. Und wie gesagt, also alles, was sich hier in diesem Bereich abspielt, ist ja mehr als unerträglich. Holen auch Sie sich den österreichischen Rundfunk als unabhängiges, den österreichischen Bürgerinnen und Bürgern verpflichtetes Medium zurück. Gehen Sie im Internet auf orf-inside.at Der blaue Podcast FPÖ aktuell